...Gon it on, let it play fast, I want to look and slow my fight... Oh, gut, Jadmira ist jetzt drauf und dran, diesem Spiel eine eindeutige Richtung zu geben. Die 63. Da ist Merkel und da ist das 3 zu 1 für die Niederösterreicher. 3 Minuten 35 lagen nur zwischen dem zweiten und dem dritten Südstädter Treffer. Wunderbare Flanke von Ebner und dann stiehlt sich Merkel im entscheidenden Moment zwischen Igor und Palladavon und macht sein erstes.